1.458 Guten Tag und Servus auf meinem Kanal. Heute gehe ich vom Karke offenen Tür beim seiländischen Hundhund. Sonder 17.09. Kai Kauze Kai und Sani. Zobbrücker Bahn um 14.19 Uhr Wir gehen auf dem Weg zur Saarbahn, die fährt um 14.05 Uhr in Richtung Römerkastell. Es gehe mit dem 1.00 Uhr auf der Saarbahn nach Römerkastell. Wir gehen in Wasser. Wir gehen in Wasser. Sie können aufpasst sein. Der Haarbahn nach Römerkastell. Und hier ist der Fahrplan des Bus drin. Rägelinie Hochfahrt. Es geht mit dem Schuckelbus vom SR. Das Programm hilft. Gekarpt der offenen Tür beim Saarländischen Frunthoden, abgekürzt SR. Mega-VP-Ausweiskartiger kauft man ins Gebäude rein. Und hier ist der Fahrplan des Bus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nun geht der Tag vom Tag der offenen Tür am sehr längeren Runden zum Ende. Ich gehe mit dem Schackelbus zum Rimmelkastel. 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 So, ich bin noch kurz in der Stadt unterwegs. Ich gehe mit dem Schackelbus zum Rimmelkastel. Ich gehe mit dem Schackelbus zum Rimmelkastel. Ich gehe mit dem Schackelbus zum Rimmelkastel. Das war's. Viel Spaß beim Anschauen. Bruchgerichtskrase, 18.05 Uhr.